sich an heißen sommertagen im wasser abzukühlen tut nicht nur menschen sondern auch hunden gut und macht richtig spaß schaut euch in diesem video an mit welchem trick ihr eurem hund anschließend dazu bringt sich auf kommando das wasser aus dem feld zu schütteln liebe hundefreunde endlich ist er da der langersehnte sommer wenn auch eure hunde so gerne ins wasser gehen wie meine bringt ihnen doch ganz schnell und einfach shaky shaky bei ein kommando auf das sich euer hund schüttelt ihr fangt damit an dass ihr eurem hund jedes mal wenn aus dem wasser kommt und sich von selbst schüttelt die wörter shaky shaky sagt und dieses handzeichen macht sobald er sich schüttelt gibt er ihm ein leckerchen und somit verbindet er die handlung mit dem von euch ausgesuchten wort das macht ihr je nachdem wie schnell die auffassungsgabe eures hundes ist ein bis zwei wochen dann sagt ihr gleich wenn er aus dem wasser kommt shaky shaky und wartet ab bis er sich schüttelt anschließend gibt es die belohnung wenn ihr anfang zu üben müsst ihr darauf achten das verhalten wirklich erst dann mit dem wort zu belegen und das leckerchen zu geben wenn er sich bereits schüttelt seid ihr nämlich zu früh dran euer hund schüttelt sich also noch nicht dann kann es euch passieren dass er tropfnass vor euch steht und sich nicht schüttelt weil er versucht heraus zu bekommen was ihr von ihm wollt und sich deshalb nicht bewegt wartet also einfach ab bis er sich einmal durchgeschüttelt hat und sagt dann sofort shaky shaky und gebt die futterbelohnung abgesehen davon dass es einfach spaß macht shaky shaky zu üben erspart ihr euch so eine unfreiwillige dusche wenn er sich aus dem wasser kommt in eurer nähe schüttelt und an so heißen tagen wie heute könnt ihr das shaky shaky natürlich auch abrufen wenn ihr neben ihm steht dann bekommt ihr eine freiwillige abkühlung ich wünsche euch wie immer viel spaß beim üben und freue mich über ein like wenn euch dieser beitrag gefallen hat wenn ihr mehr darüber erfahren wollt wie wir mit hunden leben und arbeiten besucht unsere seminare oder schaut in die mediathek in der bücher vorträge und filme zum downloaden findet und